Riddler? Willst du mich grad voll verarschen? Nee, hat er nicht. Ich hab keine Zeit mit dir zu spielen. Ah ja, so geht das. Bring it! Ja, bring the gun schon so. Wer stresst denn eigentlich? Wer will denn jetzt Ärger wieder? Ah. Ich verstehe, das war das mit dem Donnerdurchrutschen. Aha, aber das Timing ist Mist. Ja, ist ja gut. Und jetzt. Nice. Schleib dich schon noch auf, Controller. Nie, nicht stressen. Aber die paar Minuten hier wirst du noch mitmachen, solange der Stream heute noch geht. Was war denn das jetzt? Habe ich da jetzt einen erwischt sogar? Der ist auch schon voll in Angriffshaltung gegangen. Das war so gar nicht geplant. Weil ich nicht mit dir spielen werde. Guck mal, das sind alles Überläufer und Joker-Rekruten gewesen. Was willst du denn? Was willst du denn? Ach so, stopp, 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 da brauche ich, aber ich finde es keine Art, um da reinzukommen, oh, das war, ne, nicht runterrutschen jetzt, und auch noch mit, ja, übertreibt es halt, so nicht, ja, natürlich, hauptsache beim automatisieren, jetzt zieht der mich irgendwo runter wieder, aber weißt du was, ich will mal was gucken, ob ich das jetzt schießen kann, haha, ich war zu faul, da wieder zurückzugehen, so, hier ist noch eine Kamera, oh, da habe ich erst 19 stört, aber laut, also wenn ich mir das richtig anschaue, haha, ich verstehe, hier habe ich aber, ähm, das alles, ähm, na, sag mal, es freigeschaltet, also in die Kameras anzeigen, ne, jetzt glaube ich nichts mehr, das ist gut, wie sieht es eigentlich generell aus mit der MSC-Meile, die kriegen wir heute vielleicht auch noch größtenteils vervollständigt, oder? Huh, ne, doch nicht, da, das, das sind, die sind ganz alle angezeigt, da muss ich aber dann, äh, noch mal suchen, und das Zielgebiet habe ich auch einiges von mir, U-Bahn geht eigentlich, das triggert mich schon mit der Barri, die eine einzelne Trophäe, ne, Stahlwerk ist gar nicht mehr so viel, Museum, Museum haben wir ja geklärt, außer mit Catwoman, weiß ich, ja, Wonder City müsste dann noch ganz schön was sein, ne, obwohl das geht eigentlich auch, das hört sich gar nicht so viel an, das hier gehe ich heute nicht an, da habe ich heute kein FC, das muss ich beim nächsten Mal machen, aber 26,7 Meter, wir hätten es fast schon mal gehabt, ah, da fällt mir gerade was ein, ich will was wissen, bei den Trophäen, warum habe ich denn die Joker-Ledel noch getroffen, das könnte ich eigentlich wieder runternehmen, und Platz machen für was anderes, wie war nochmal die Trophäenübersicht, Ah, da kann man nachher schauen, interessant, ich würde gerne, na gut, dann kann ich da jetzt so nicht reingucken, ich wollte nämlich was bei den Trophäen, äh, aber ich muss doch irgendwie die Trophäen aufbauen können, ich will was wissen, ja genau, einen auch schon, Trophäen, na, so geht's, ich wollte was wissen, Finde den Serienmörder, okay, ob es noch irgendwas anderes gibt, die Geisel, ja, 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 das ist alles auf die Medaillen bezogen, das müssen wir ja sowieso machen, oh, ich springe vom höchsten Gebäude in Arkham City kleine eine Minute lang, ohne den Boden zu wohnen, was ist denn das höchste Gebäude, hä, ich habe die Schweigeminute gemacht, wieso hat das nicht abgespeichert, hm, müssen wir es dann nochmal machen, interessant, aber das haben wir letztes Mal gemacht, die Schweigeminute, packt mich nicht, nee, das zögert mich jetzt schon mit der Schweigeminute, das war doch hier, komm, dann machen wir das jetzt mal schnell, so was wird mir dann Platin verwertet werden, oder was, also höchste Gebäude ist eigentlich doch der Wonder Tower, oder, oder meinten die ein anderes Gebäude, jetzt bin ich vier, fünf Mal in der scheiß Crime Alley vorbeigelaufen, und jetzt weiß ich nicht mehr, wo sie ist, und jetzt weiß ich nicht mehr, ich weiß 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 nicht mehr, wie alles klar was alles klar warum alles klar was wollt ihr denn jetzt wir kanalratten kein bock auf euch nein wer zieht dich ich hab das doch gemacht oder muss ich so lange warten bis 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 er automatisch wieder hoch geht ein Amen. Das hat er irgendwie nicht angenommen, gell? Das Band habe ich auch nicht. Wieso kriege ich jetzt diese Trophäe nicht? Wieso kriege ich diese Trophäe nicht? Wieso kriege ich diese Trophäe nicht? Das will ich doch jetzt gucken. Was ist denn der Scheiß? Ich muss jetzt genau eine Minute warten, bis dieses Trophäe aufblockt. Was ist denn der Scheiß? 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 Ja, es ist sehr depressiv. So, machen wir mal dieses Rätsel. Und dann kümmern wir uns um die Geisel. Was ist denn der Scheiß? Das ist interessant, was wäre passiert, wenn es diese Nacht nicht gegeben hätte, wenn die anders ausgegangen wäre. Zwei der wohl bedeutsamsten, was wäre, wenn Geschichten. Eine ist, was wäre, wenn keiner gestorben wäre, also wenn das hätte verhindert werden können. Und das andere ist, wenn das verhindert worden wäre, dann entstehen die Watchmen im Prinzip. Und das andere ist, wenn Bruce Wayne gestorben wäre, dann haben wir das passiert bei Flashpoint, dann wird Thomas Wayne zu Batman und Martha Wayne zu Joker. Und wir suchen jetzt auch ein sehr cooler Abschluss, Vincent. Das war so schön englisch, also von Vincent. So, das machen wir jetzt noch und dann gucken wir mal. Ich denke, dann wäre es auch nach der Geisel genug für heute. Was ist gut für mich und vermutlich dein Ende, Dark Knight? Ups. Vermartere dir gar nicht erst ein kleines Gehirn. Die Antwort ist natürlich mein letztes Puzzle. Wirst du diese dumme Wache retten? Wäre ehrlich gesagt ein Schocker. Ach, diese Wortspiele. Lass mich hier raus! Aha! Wie du siehst, wird dieser Wache gerade schlagartig klar, dass sie ständig ist und die Spannung nicht länger erträgt. Kannst du ihr helfen, ohne gleich wieder unter Strom zu stehen? Ja, ja, watsch ab. Wieso musst du denn schon wieder husten? Ah, bitte! Mann! Das nervt. Ich habe vergessen, wer das nicht machen muss, gell? So, den Wache jetzt auch noch los bei den Feuer, der Schatz. Ja, aber wiederholt. Ich mache jetzt nichts mehr. Dann habe ich dann nach meinem Feuer festgestellt.